Guten Tag, Herr Roms. Wissen Sie, ich bin eher weniger der ausdauernde Typ. Ich bin stark auf kurzer Distanz, auch was die Vorsorge angeht. Da geht es Ihnen wie vielen anderen auch. Wenn Leute heutzutage vor die Entscheidung gestellt werden, wie sie mit ihrem Kapital umgehen, dann wird meistens der kurzfristige Konsum in den Vordergrund gestellt. Es werden Träume erfüllt, und das ist ja eigentlich auch gut so. Aber leider wird sehr wenig an die Konsequenz im Alter gedacht. Wenn Sie heute Ihr Kapital ausgeben und es nicht sparen, dann wird es Ihnen im Alter eben auch fehlen. Was auch interessant ist, ist, dass die Lebenserwartung grundsätzlich unterschätzt wird. Wir werden erfreulicherweise auch im Alter, 10, 15, 20 Jahre nach der Pensionierung, ein angenehmes Leben führen. Aber das muss finanziert werden. Und umso wichtiger ist es natürlich auch hier, langfristig zu denken und für das Alter anzusparen. Das heisst, ich muss mein Denken komplett umstellen, um auch im Alter nicht finanziell eingeschränkt zu sein? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Sie müssen sich nicht allzu fest anpassen. Aber das Sparverhalten ist doch schon wichtig. Sie müssen jeden Monat einen kleinen Betrag auf die Seite legen, und das werden Sie Ende Monat nicht spüren. Aber Sie sind dann überrascht, was für ein Stock an Alterskapital über die Jahre gerechnet zusammenkommt. Denn der Marathon-Vorsorger, der ist sich bewusst, dass es den Zinseszinseffekt gibt. Und dadurch sichern sich eigentlich eine ansehnliche Summe an Vorsorgekapital, das Ihnen dann im Rentenalter zur Verfügung steht. Der Vorteil dieser Art von Vorsorgelauf besteht darin, dass Sie mit einem kleinen Betrag eine doch beachtliche Summe im Rentenalter ansparen können. Und Sie sichern sich und finanzieren sich dadurch eigentlich eine angenehme Pensionierungszeit, wo Sie sich eben doch noch den ein oder anderen Wunsch erfüllen können. Ich werde aber auf meinem Weg immer wieder Unterstützung brauchen. Und für den wirklich langen Atem, den Sie in den nächsten Jahren benötigen, denn dieser Vorsorgemarathon begleitet Sie bis zur Pensionierung, stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.